Moin Leute Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Eurotransmolar Talks 2. Wir machen Weltreise von nach hier waren wir ja schon die Grenze hier. Wir machen eine Weltreise von da nach Ostlipod oder wie es mal heißt, Ostrau. Und danach da hinten hin. Hoffentlich schaffen wir das, ob wir das überleben mit kaputten Motor. Das was wir gleich reparieren. Ops. Krass. Bei mir ist es immer Notfälle. Na ja, bei mir kommt erst 4 Uhr. Äh. Hier, ich lade gerade Videos ab. Links und Playlist für ganzen Folgen Eurotransmolar Talks. Das ist alles in der Link. Bitte schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen. Oder wenn ihr nicht wollt, könnt ihr nicht vorbeischauen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, ein Like und sogar ein Däumchen nach oben gebt. Dann mache ich die 300 Kamera dann voll bei der Autobahn, wenn wir die 10 Likes haben. 10 Likes, dann 300 Kamera auf der Autobahn. Woviel schafft sogar ein Lambo. Bis jetzt bin ich immer mit 200 Kamera gefahren. Immer mit strengsten Reden. Ja, Leute. Ja, ja. Wir machen dann eine Pause, wenn wir an den Rastplatz angekommen sind. Also, naja, keine Pause eher gesagt. Aber, da hat sich da. Machen wir kurz Pause. Schlafpause sag ich jetzt mal. Ja. Wir können viele Bilder als Thumbnail benutzen. Ja. So ein mit Lambo super schnell fahren wie ich gerade. Schafft niemand außer der King. King spiele Gamer. Ja. Da kommt dann Reactions Video. Also, ich reagiere auf meinem Kanal. King Climax. Na ja, Ring. King spiele Gamer. Und dann, da wird nur Roblox, Minecraft. Ja, und so weiter. Hat gespielt. Aber nach Reactions, also Reagieren Videos. Hier reagieren auf Paluten und dann auf deine Arme. Wie das Video heißt. Dann kommt da ein Link rein. Ups. Bin mit der ganzen Zeit Licht angefahren. Na ja. Mit Scheibenwerfer. Mit was fahrt ihr? Fahrt ihr am besten? Mit Lenkrad oder mit Tastatur? Oh, ich sehe schon Blaulicht. Ja, Leute. Wir schaffen das. Zusammen sind wir ein Team. Und meine Videos lade ich gerade hier hoch. Oh. Oh. Hallo. Ups. Ah. Ja, sorry. Ich vergiss es halt eben. Die mir mit Begrüßungen hier, die sowas geben hier oder so kurz. Der bringt dann nochmal ein nächster zurück. Oh. Das ist ja gar nirgends. Oder wollen wir daraus platzen machen? Ich muss ja eh tanken. Das ist ja gar nirgends. Es wird noch nichts daraus gelegt. Das geht jetzt dann. Oh, das geht doch nicht. Ich würde mir noch mal wissen. Das geht ja. Es heißt nämlich. Ich danke. Ich wir können auch nicht so schnell von der motor ist ja noch kühl aber wenn ich immer schneller gas gebe wird es wenig wärmer ja so welt 30 part 1 also ich mache dann lasst den titel zu stehen mit neuer folge oder ziehe ich die vier stunden auch noch durch aber es was die ziehen wir noch die ziehen wir jetzt durch das war meine strafe ja gut falls man hier mal wieder zurückfahren sollte bei den ersten ziel machen wir dann stopp also wie soll ich sagen cut also cut out also dass wir das süßig schneiden das nicht so langwürfig naja ihr könnt ja auch zwei dreieck filmen brauchen da 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 Wisst ihr was Leute? Wir fahren durch. Ich gehe danach auf Klo nach Aufnahme. So was sagt man zwar nicht, aber egal. Tut mir leid, dass ich es gesagt habe, aber... Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, gleich muss ich abranzen. Äh, kommt auch mal eine Abel in morgen. 5 bis 6 Uhr kann ich dann Licht ausmachen eigentlich. Ja, bei 10 Likes mache ich dann hier mit 100 km h, wie gesagt. Ja. Ich muss jetzt da hin. Ach, jetzt müssen wir in Wohne rein. Ich hab's in den Mier her. Das wollte ich nicht sagen. Wir sind letztlich gleich da. Dann noch eine Stunde. Dann kommt da mal die Branche rein. Geräuschmanager 3 von 5 ausrüsten. Frei wie die Winde. Wie die Winde. Ich muss noch hier zur Werkstatt her. Keine Ahnung. Na, wenn die Sommerferien losgehen, dann kann ich richtig starten mit Videos. Da kann ich sehr gerne aktiv sein. Von mir aus. Aber... Ja, 6 Wochen dann frei. Dann 2 Wochen bei mir. Ach, toll, da wo ich hergekommen bin. Ach, toll. Warte, ich muss kurz mal ein Foto machen von der Map. Und jetzt danach, hier. Ja, da. Auf der Autobahn geht's dann los. Das spür ich wirklich super. Ja, wir fahren jetzt super, super durch, ne? Ich glaube das ist kein Problem. Sieht ihr? Da kann ich gut schnell fahren. Naja, wenn ich abbremsen muss, da bremsen. Automatisch bin ich zum Glück. Parkplatz? Ne Danke, wir fahren jetzt durch. Muss jemand auf Klo und ne? Dann habt ihr jetzt Pech. Also jetzt habt ihr ein Blumenfeld. Okay. Dann hast du Beig. Wenn noch nicht Platz macht. Wie ein Hund. Platz. Und drei Schafen. Ja geht der noch. Hauptsache keine Hunde. Junge der macht einfach vor meine Nase rein. Ja wir sind gleich da Leute. Ja. 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 Wir fahren sogar Sohnrotten. Warte. Wir fahren sogar auf der Aua. Da kommt dann mein Porsche Lambo. Bis jetzt habe ich nur den Lambo. Aber wenn ich offline bin mit dem Video. Dann mache ich eine Mod rein. Ich mache dann auch keine Tutorial. Keine Sorge. Ich mache das noch alles. Ja. Man kann eine Demo spielen. Ja. Das Euro Drachen war 2. auch mal. Ah. Da geht es da auch rein. Ich muss jetzt gerade Klee auf den Klo. Ja. 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 Ich muss jetzt auf den Klo. Ja. 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 Ich schweige, ich habe nie mal über Ort gefahren. Ich schweige. Leute, das war es jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da und tschau.